Die Hubag AG Der Experte für Kranarbeiten und Spezialtransporte aus dem Wallis. Gegründet im Jahre 1929 als Bregi-Transporte durch Eduard Bregi, steht die Hubag für Heben und Bewegen aller Güter. Das in dritter Generation durch Aldo und Michaela Bregi geführte Unternehmen sorgt mit seinem engagierten Team für einen reibungslosen Transport, Transportbegleitung und Ablad von speziell anspruchsvollen Gütern aus Stahl, Holz, Maschinen, Containern, Turbinen und Generatoren. Die Hubag garantiert dabei nicht nur den professionellen wie kundenorientierten Transport, sondern bietet dank hervorragender Infrastruktur auch den punktgenauen Abladen. Dank Allradfahrzeugen mit Kranen bis 40 Meter sowie dem ersten Mobilbaukran im Wallis sorgt die Hubag AG auch bei geringem Platzbedarf in den Bergen wie Städten für schnelle Auf- wie Abbauten. Das 2008 erstellte Depot mit einer gedeckten Aufliegerhalle und isolierter Einlagerungshalle ausgestattet mit einem Hallenkran mit einer Nutztraglast von 2 x 16 Tonnen erfüllt jegliche Ansprüche einer modernen Wirtschaft. Hierzu gehört der direkte Anschluss ans internationale Schienennetz der Schweizerischen Bundesbahnen SBB. Hubag – Heben und Bewegen aller Güter Willkommen bei den vielseitigen Profis im Wallis! Willkommen bei den Kranen bis 30 Tonnen Willkommen bei den Kranen bis 30 min. Willkommen bei den Kranen bis 30 Tonnen